Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid, um dieses neue Video zu sehen. Heute sprechen wir über Samsung Smartphones. Wie ihr wisst, bietet die Marke Samsung viele Produkte an und Smartphones sind eines davon. Ihre Mobiltelefone sind von ausgezeichneter Qualität. Egal, ob es sich um Einsteiger-, Mittelklasse- oder Spitzenmodelle handelt. Es ist also kein Zufall, dass sie sich so schnell verkaufen. Bevor wir fortfahren, möchte ich dich bitten, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Außerdem solltest du nicht vergessen, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. So wirst du informiert, wenn wir neue Videos veröffentlichen. Ist das alles erledigt? Dann lade ich dich ein, dir die 7 besten Samsung Smartphones auf Amazon anzusehen. Eröffnen wir unsere Liste mit diesem Samsung Galaxy Dual SIM Handy. Mit einem 6,5 Zoll Bildschirm kannst du deine Bilder gut betrachten und deine Videos anschauen. Mit einer Speicherkapazität von 128 GB kannst du außerdem eine große Menge an Dateien speichern. Das Smartphone ist mit einem der neuesten Betriebssysteme ausgestattet, Android 11. Dadurch läuft dein Smartphone schneller und ist mit neueren Apps und Funktionen kompatibel. Ein weiterer Vorteil dieses Smartphones ist sein außergewöhnlich starker Akku mit 4.500 mAh. Dieser ermöglicht es dir, mehrere Stunden im normalen Standby-Modus zu genießen. Außerdem wird die Nutzung des Akkus von der KI des Smartphones gesteuert, sodass du eine nachhaltige Energieversorgung genießen kannst. Erwähnenswert ist auch, dass es mit dem 5G Nexware kompatibel ist. Dies ermöglicht es dir, eine flüssige und schnelle Internetverbindung zu genießen. Habe ich auch erwähnt, dass es bis zu zwei SIM-Karten aufnehmen kann. Du kannst problemlos von der einen SIM-Karte auf die andere herüber wechseln. Beachte auch, dass du von 8 GB RAM profitierst. Das ist übrigens auch der Grund, warum dies ein super schnelles Smartphone ist. Zudem ist dieses Smartphone nach IP67 zertifiziert und damit sogar wasserfest. Du kannst es bis zu 30 Minuten lang bis zu 1 Meter tief ins Wasser tauchen. Selbst wenn dein Handy ins Wasser fällt, musst du dir also keine Gedanken machen. Dieses Gerät hilft dir, deine Sicht zu erweitern, dank seines immersiven 6,7 Zoll Infinity-O-Bildschirms. Dieser erreicht 800 NITS und ermöglicht es dir, auch bei Tageslicht scharfe Bilder zu erhalten. Außerdem verfügt er über iComfort Shield-Technologie, die die Auswirkungen des blauen Lichts dämpft. Diese reduziert das Risiko einer Ermüdung der Augen und ermöglicht es dir, dein Smartphone mehrere Stunden lang zu nutzen. Darüber hinaus hast du auch die Funktion RealSmooth, die die Flüssigkeit des Smartphones während der Nutzung bewahrt. Darüber hinaus verfügt dieses Handy auch über ein Design, das sowohl einfach als auch elegant ist. Seine Kurven sind glatt, komfortabel und liegen gut in der Hand. Es verfügt außerdem über zwei Lautsprecher, einen oberen und einen unteren. Dank dieser Lautsprecher kannst du mit oder ohne Kopfhörer ein außergewöhnliches Klangerlebnis genießen. Ein weiterer Vorteil dieses Smartphones ist, dass es nach IP67 als Wasser- und Staubdicht eingestuft ist. Du musst dich also nicht mehr vor Wasserspritzern oder Regen fürchten. Hier ist ein weiteres Schmuckstück, das dir sicherlich gefallen wird. Dieses Smartphone nimmt zwei SIM-Karten auf und verfügt über das Betriebssystem Android 11. Dank ihm kannst du wunderschöne Fotos und Videos genießen. Mit seiner außergewöhnlichen Auflösung von 8K erhältst du klare, scharfe und präzise Bilder. Außerdem kannst du Fotos mit einer Auflösung von bis zu 64 MP aufnehmen. Ein weiterer Vorteil dieses Smartphones ist sein IP68-zertifizierter Schutz. Dieser Schutz ist praktisch, da er die Sicherheit eines Telefons gewährleistet. Er sorgt nicht nur dafür, dass das Telefon Wasser, sondern auch, dass es staubresistent ist. Außerdem wird ein extrem widerstandsfähiges Schutzglas mitgeliefert. Dieses sorgt dafür, dass der Bildschirm vor Rissen und Kratzern geschützt ist. Erwähnenswert ist auch, dass das Smartphone mit 8 GB RAM ausgestattet ist. Dank dieses Speichers ist das Telefon schnell und funktioniert reibungslos. Du kannst also ohne Probleme deine Spiele genießen. Der Speicherplatz beträgt 256 GB und ermöglicht es dir, eine große Menge an Dateien zu speichern. Dieses Samsung-Gerät ist derzeit sicherlich eines der beliebtesten Smartphones auf dem Markt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Es verfügt über viele interessante Eigenschaften und Funktionen. Zunächst einmal verfügt es über einen recht großen Bildschirm von 6,7 Zoll, der dir entgegenkommt, wenn du gerne auf dem Telefon liest. Dank dieses Bildschirms kannst du deine Informationen besser sehen. Darüber hinaus verfügt es über eines der neuesten Betriebssysteme, Android 11. Es ermöglicht dir ein modernes und einzigartiges Erlebnis. Auch profitierst du von einem 5G-Netzwerk und einem Smartphone, das bis zu zwei SIM-Karten aufnimmt. Du kannst ohne Leistungsverlust zwischen den Informationen deiner SIM-Karte wechseln. Auch solltest du wissen, dass es über bis zu 8 GB RAM verfügt. Das ist eine gute Nachricht, denn so kommst du in den Genuss eines flüssigen Smartphones. Dank dieses Arbeitsspeichers wird dein Handy Aufgaben schnell erledigen und deine Anwendungen sofort öffnen. Du wirst also nicht mit Bugs oder Verlangsamung konfrontiert. Dank des 128 GB großen internen Speichers kannst du all deine Dokumente und Dateien an einem Ort aufbewahren. Du musst das Ladegerät nicht mehr mit dir herumschleppen, denn dieses Smartphone hat einen hervorragenden Akku mit 4800 mAh. Dieser ermöglicht dir eine Laufzeit von mehreren Stunden. Das Galaxy Z Flip 3 hat alles, was man sich wünschen kann. Es verfügt über einen sehr guten internen Speicher von 128 GB. Mit dieser Speicherkapazität kannst du so viele Anwendungen herunterladen und so viele Dateien speichern, wie du möchtest. Außerdem hat es eine ganz besondere Form, die es von anderen Samsung-Smartphones unterscheidet. Diese Form ist sehr praktisch, da du das Handy einfach in deine Tasche stecken kannst, ohne dass es herausfällt. Ein weiterer Vorteil dieses Smartphones ist, dass es kompakt ist. Wenn du dich nicht mit wuchtigen Telefonen belasten möchtest, wird dir dieses Modell sicherlich gefallen. Außerdem hast du die Möglichkeit, Fotos zu machen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Als Sahnehäubchen steht das Smartphone von selbst gerade. Du wirst dich bei langen Videotelefonaten nicht mehr über Schmerzen in der Hand oder im Arm beklagen. Es ist außerdem IPX8 zertifiziert. Das heißt, es ist wasserfest und du brauchst keine Angst zu haben, wenn es einmal nass wird. Dieses Samsung-Smartphone wird dich sicherlich interessieren. Nicht nur sein Design ist einzigartig, sondern es zeichnet sich auch durch seine verschiedenen Funktionen aus. Es bietet dir eine interne Kapazität von 256 GB. Auf diese Weise kannst du so viele Dateien herunterladen und speichern, wie du möchtest. Dieses Handy bietet alles, was du von einem 5G-Smartphone der Spitzenklasse erwarten kannst. Es lässt sich zusammenklappen, um den Bildschirm zu schützen. So kannst du es problemlos in der Tasche verstauen. Sofern es aufgeklappt ist, bietet es im Vergleich zu vielen anderen Smartphones einen riesigen Bildschirm. Dank dieses Bildschirms kannst du deine Videos und Spiele mit bester Sicht ansehen. Das Smartphone verfügt außerdem über einen Stift, der dir bei der Nutzung eine gute Präzision bietet. Du kannst damit zwischen den verschiedenen Funktionen deines Smartphones navigieren, wenn du die Finger nicht benutzen möchtest. Zudem ist zu erwähnen, dass dieses Smartphone IPX8 zertifiziert ist, was bedeutet, dass es wasser- und staubabweisend ist. Beenden wir unsere Liste mit diesem Samsung, das 17,3 cm groß ist und einen 6,8 Zoll Bildschirm hat. Ob du lesen, deine Videos anschauen oder spielen möchtest, du wirst ein einzigartiges Erlebnis haben. Es nimmt zwei SIM-Karten auf und ist mit dem Android 11 System ausgestattet. Außerdem verfügt es über einen 5000 mAh Akku, sodass du auch bei Unterbrechungen eine sehr lange Laufzeit hast. Dieses Smartphone bietet bis zu 256 GB internen Speicher. Dank dieses Speichers kannst du so viele Daten aufbewahren oder speichern, wie du möchtest. Außerdem ist es mit der 5G-Konnektivität kompatibel. Du wirst also in aller Ruhe und flüssig surfen können. Ein weiterer Pluspunkt ist der hervorragende Arbeitsspeicher oder RAM von 12 GB. Er verbessert die Leistung des Geräts deutlich. Wachs und Verlangsamungen gehören der Vergangenheit an. Du wirst flüssiger auf deinem Telefon surfen können. So Freunde, wir sind jetzt am Ende unserer Präsentation. Bevor du gehst, möchte ich dich bitten, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Falls das Video dein Interesse geweckt hat, zögere nicht, es zu liken und dies als Kommentar mitzuteilen. Teil uns auch mit, welches dieser Samsung-Smartphones aus dem Jahre 2021 dich am meisten beeindruckt hat. Ich verabschiede mich nun von dir und freue mich schon auf das nächste Video. Bye!